Yeah! Und für den Fall, dass du nicht weißt, wie man sich verhält, wenn man in Bayern Getränke zu sich nimmt, du hast keine Ahnung, was du nehmen willst, nimm einfach die Playmobil-Hand und teste. Hier, Wasser fällt durch, deswegen davon die Finger weg, aber was super funktioniert, Weißbier bleibt hängen, in diesem Sinne, Prost und einen schönen Abend heute. Vielen Dank. Vielen Dank.